Moin Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Stream-Highlight-Gameplay und ihr seht in diesem einen unglaublich geilen Kill am Anfang einen Triple-Kill auf der Brücke und ein sehr, 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 sehr abruptes Ende. Was es damit auf sich hat, seht ihr jetzt. Viel Spaß dabei, wenn es euch gefallen hat, abonnieren nicht vergessen, guckt bei mir im Stream vorbei, Daumen nach oben, hilft nur ungemein und ab in die Kommentare, was euch so dazu einfällt. Oh, ja, das ist doch bei mir. Aber wie gesagt, man ist ja mittlerweile echt bereit, so. Keine Waffe, das ist nicht gut. Oh! Klipp den Shit! Holy Guacamole! Das kommt auf jeden Fall in die nächsten Highlights rein. Boah, den hab ich ja richtig das Gesicht zerdrückt, ne? Der wird auch seines Lebens nicht mehr glücklich. Da kam so ein Blitz von oben geflogen. Boom! Voll ins Fressbrett! Holy Guacamole! Irgendwie, äh, ist ja nix mehr. Lol, es kann ja nicht sein, dass da jetzt nur so wenig diesmal rumliegt. Lol. Ist ja nix. Ja, ja, oh. Okay, ist auch schon. Ja, Leute, ich kann ja nix machen, gerade. Ah, der kann das nicht haben. Aber egal, der hat nen Helm gehabt und ich hab extra nicht den Helm angeschossen. Erstmal, dass ich darüber nachgedacht hab. So, ah, jetzt nicht den Helm, du hast keinen Helm. Äh, was? Oh, guck mal eine an. Äh, du bist auf jeden Fall ummodelliert quasi in die AK. Ja, wir gehen da, wir gehen da, wir gehen da, ha, ha, ha. Diese Damage-lastige Grenaden hab ich vor allen Dingen gerade. Wir gehen gerade mal gut überlegen, ob eventuell einer von da oben noch kommen dürfte, der sehr, sehr gut ausgestattet ist halt. Deswegen machen wir auch jetzt einen ganz bestimmten Move. Wir fahren ja da aus und gucken, ob da einer uns entgegenkommt kann. Wenn er uns entgegenkommt zu Fuß, dann fahren wir dann eben mal um. Alter, wir gehen und looten den. Aber wie gesagt, der dürfte sehr, sehr hart am Start sein. Nein, der spielt aber nicht so aus. Schade denn. Okay, let's go. Wir sind in der Military Zone. Lott, Lott, Loll. Wer kennt's nicht? Passiert mir natürlich auch immer so in der Realität. Weiter geht's. Ja, 7er Muni wär auch ganz cool, würd ich sagen. Wir werden gleich eingeholt. Haben wir genug Mets? Nein, haben wir nicht. Machen wir nur noch das aus und dann geht's direkt weiter. Komm schon. Auch wenn die Zone da kommt, ich brauch unbedingt Ausrüstung gerade. Ja, danach geht's aber wieder zurück. Jetzt kriegen die Leute einen Camper-Rappel. Wenn derjenige zu viel campt, haben wir auch keinen Bock auf die Scheiße hier. Da steht der Uhr jetzt. Let's go, let's go, let's go. Oh, ist eine Military Zone. Ja, definitiv. 100, 150 Prozent. Kläude. Und danach noch ein Verbändchen reindrücken. Und dann sollte das auch erstmal reichen, bis wir in der neuen Zone sind. Guckt erst an, dies. Okay. Wird auf jeden Fall in der Military Zone gewidert wird. Denn es sind natürlich nur eine Einzelperson. Und das ist ein Arme dran zur Tatsache, dass wir jetzt hier gerade am Schmerzmitteln sind. Verbände haben und so einen Bums. Wir können natürlich auch sagen, dass wir erst da drüber gehen. Ah, Trimper, wir können backen. Und da sieht er mich nicht. Not on my watch, bitch. Not on my watch. Ich sag einfach nur mal dazu. Not on my watch. Ich hab ihn noch mal zu looten, Leute. Ich möchte eigentlich gerne mal einen Karabiner oder sowas. Das wär sehr cool. Wieder keinen. Das ist echt unglaublich. Hier gibt's keine wirkliche Möglichkeit dazu, einen Sniper zu spielen gerade. Dann haben wir fünf Kills schon mal, Leute. Schöne Runde. Ein Karabiner, das wär schön. Habe ich natürlich einen sehr, sehr, sehr langen Weg vor mir. Mit dem ich am liebsten nur hier unten drunter hergehen würde. Das ist ein Worts. Seht ihr den? Militär Base ist ein sehr, 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 sehr offenes Ding, was wir da potenziell machen müssen. Besonders, weil wir über das R-Field später müssen. Das heißt, ich würde eigentlich gerne hier unten her. Da ist noch ein Motorrad leider. Immer schon seitwärts bewegen, nie gerade nach oben, da seid ihr viel zu langsam. Ich will, dass er den nimmt, dass ich den abschüsse. Ja, was soll man sagen? Das ist mir in letzter Zeit sehr häufig passiert. Ich bin gerade noch auf der Suche nach der Fehlerquelle. Die Leute im Stream haben schon versucht, tausend Jahre zu helfen. Ich habe mit über 20 Jahren Erfahrung am PC irgendwie noch keine Lösung gefunden. Wenn ihr irgendwelche unglaublich tollen Vorschläge habt, einfach nach unten in die Kommentare rein. Ansonsten möchte ich bald ein Format starten, was quasi auf spezifische Fragen von der Community, also von euch quasi, eingeht. Also wenn ihr eine Frage zu PUBG habt, egal wie kompliziert oder wie einfach sie ist, schreibt sie einfach nach unten in die Kommentare rein. Ich werde da so eine Art Tipps-Video zu machen, einfach genau auf euch, auf die Community-Fragen momentan abgestimmt. Ich werde da ein bisschen Recherche betreiben, wenn ich selber nicht weiß. Und dann hoffe ich, dass wir auch alle glücklich sind. Wenn ja, Daumen nach oben da lassen. Abonnieren nicht vergessen. Würde mich unbedingt freuen, euch morgen hier wieder zu sehen. Bis dann, euer Buddy und danke fürs Anschauen. ... Dann.